Wenn Zorn unkontrollierbar ist, wird er wie Feuer alles auf seinem Pfad vernichten. Doch hier, unter den Mönchen, bin ich über mich hinausgewachsen. Ich habe meinen Zorn bezwungen. Ich bin einst mit den vier ewigen Geistern geworden, die diesen Tempel einst beschützten. Durch mich beschützen die Geister weiterhin diesen Ort. Vor den Albträumen, die sich die Kräfte dieses Tempels aneignen wollen. Ich bin der Tiger. Ich erbittert die mächtige Bestie. Sollte der Tempel fallen, so wird ein großes Unheil über Rudeterra kommen. Ich werde das nicht zulassen. Er könnte mich nicht besiegen. Ich bin die Schildkröte. Der weise Beschützer des Lebens. Ich bin mehr als nur ein Mensch. Ich bin der Bär. Die unnachliebige Inkarnation der Macht. Ich bin der Phönix. Der uberalte Erlöser und Heiler. Mit ihrer Stärke fürchte ich nichts. Auch wenn ich die ganze Welt gegenüberstehen mag, bin ich niemals verdinkt benannt. Ich bin niemals verdinkt benannt. Ich bin niemals verdinkt benannt. Ich bin der Bär. Ich bin der Bär. Untertitelung. BR 2018